Ja, keine schlechte Aktion. Ein toller Schuss auch noch von Kelvin Mamora-Ebuka, der deutlich, deutlich auffälliger agiert als David Poljanic. Der Slowenier ist kaum zu sehen, aber er kann den Ball hier gut behaupten, sich Platz verschaffen und dann auch noch diesen tollen Schuss anbringen. Der hätte genau gepasst. Ganz wichtig hier, die Parade von Heinz Lindner. Mit Abstand, die... Purchase your tracks today. Slow, slow, slow. It's Joe Busy Boy. Die Verbald geldi. Das sind die Verbald die Verbald von Wien. Man kann sich vielleicht auch nicht einigen, was das Erstaunen hat. Heißt, das ist City aus Wien. Die Verbald von Wien. Was da ein paar Leute im Internet. Das wird ein paar Leute im Internet und in der Stadt. Was da ein paar Leute im Internet. Ein paar Leute im Internet. Als bei uns im Internet. Das sind die Verbald von Kanu. Die Verbald von Kanu. It's Joe Bezzy, boy It's Joe Bezzy 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 It's Joe Bezzy